Wir sprechen heute über ein wichtiges Bauteil im Chassis vom KRONE Profi und Megaliner. Wir sprechen über die Multilock Außenschiene. Ein in sich geschlossenes Stahlprofil aus verzinktem Blech, das den Wasserzutritt auf die Ladefläche erheblich behindert. Das macht den Profi-Liner natürlich noch nicht zum Dryliner, wird aber von vielen Spediteuren sehr wertgeschätzt. Und nicht nur das! Wie der Name Multilock Außenschiene schon sagt, es gibt jede Menge Zulöcher. Nämlich alle 100 Millimeter eines. Jedes verträgt 2 Tonnen Zurkraft und auf den laufenden Meter maximal 8 Tonnen. Mit einem aufgeschweißten Trapezblech verdoppeln wir die maximal mögliche Zurkraft auf 4 Tonnen. Stichwort Schweißen. KRONE bietet entweder eine aufgeschweißte Palettenanschlag-Leiste oder eine angeschraubte Version. Letztere ist leicht nachrüstbar und im Falle einer Beschädigung durch die Stapler Gabeln leicht zu ersetzen. Um auch bei Fahrzeugen zum Beispiel mit einer Bordwand Gurte mit dem Standard Drahthaken verwenden zu können, gibt es bei KRONE die Option des im Multilock Außenrahmen verschraubten Multilash-Ringes. Der baut so hoch, dass die Krafteinleitung erst oberhalb des Profiles erfolgt. Ist wegen des beweglichen Schäkels auch ideal geeignet, um sehr flache Güter abzuspannen. Und stört in der weggeklappten Parkposition auch nicht beim Bion Endladen. Last but not least der Ende 2020 in die Serie eingeflossene geklemmte Boden. So hat die Bodenplatte über die gesamte Fahrzeuglänge Formschluss zum Außenrahmen und wird dort noch zusätzlich verklebt. Dadurch entfallen hier die Bodenschrauben, wodurch Beschädigungen der Reifen gänzlich ausgeschlossen sind.